Herzlich willkommen zur dritten Folge unserer WM-Taktik-Analyse. An meiner Seite ist wieder Jan Sievert, Trainer des BVB2 und in diesen vier Wochen auch Fan der Nationalmannschaft, so wie ich ihn in den letzten Tagen und Wochen wahrgenommen habe. Turbulente 90 Minuten gegen Schweden liegen hinter uns oder es waren ja dann 90 plus 5 zum Glück für die deutsche Mannschaft, weil in der letzten Minute ist dann doch noch der erlösende Treffer zum 2 zu 1 gefallen. Jan, nochmal kurz zurückgeblickt, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wir haben uns ja alle ein spannendes Spiel erwartet oder auch ersehnt, weil das erste Spiel ja nicht unbedingt so voll Spannung geprägt war. Mit dem Tor in der letzten Minute war es natürlich so, dass ja einfach vielleicht auch der Knoten hat platzen können. Das hoffen wir, damit wir ein gutes Spiel auch dann mit zwei Toren Unterschied gegen Südkorea bestreiten und ich denke einfach so Spiele braucht der Fußball. Gerade bei so einer Weltmeisterschaft, wo man das Gefühl hat, pass auf, wie wirkt die deutsche Mannschaft und wir Deutschen, die darf man nie abschreiben oder uns darf man nie abschreiben und ich gehe davon aus, dass wir jetzt auch ein ordentliches Spiel gegen Südkorea leisten. Ja, du sprichst es schon an, das Spiel gegen Südkorea. Wir wollen jetzt in der heutigen Folge mal nicht so viel zurückgucken, das haben wir letztes Mal gemacht. Das Mexiko-Spiel hat auch einige Aspekte geliefert, die man taktisch besprechen kann. Wir wollen jetzt ein bisschen nach vorne gucken, aber doch vielleicht nochmal zwei Sätze zum Schweden-Spiel. Was hat dir gut gefallen, was hat dir weniger gut gefallen? Ich glaube, das Spiel ist so ein bisschen zu unterteilen. Im ersten Hinblick auf die Situation, wo Rudi sich verletzt. Bis dato, fand ich, hatten wir eine gute Ordnung im Spiel, wir hatten eine gute Restverteidigung. Also standen genügend Leute hinter dem Ball, die auch dann gut haben, nach vorne verteidigen können und den Kontersammel verhindern können. Mit der Herausnahme vom Rudi oder mit der Verletzung hat das Spiel dann etwas anders gewirkt. Die deutsche Mannschaft ist nicht mehr so ganz im Ballbesitz geblieben, hat dann Probleme auch in der Konterverteidigung gehabt und nach dem Fehlpass von Groß letztendlich dann die Abwehr wieder eigenständig vor Probleme gestellt. Dann ist das Tor gefallen und dann mussten wir uns erstmal zurückkämpfen. Dass dann Schweden noch tiefer stand, war vollkommen klar. Aber ich finde, dass man dann ruhig geblieben ist, bei seiner Linie geblieben ist. Bis zur letzten Minute war dann doch deutlich und ich finde einfach, dass der Sieg dann im Endeffekt verdient war. Weil wenn du dir so viele Torchancen dann noch erarbeitest, dann hast du es auch einfach verdient, so ein Spiel zu gewinnen. Vielleicht noch ein, zwei Sätze zu Toni Kroos. Er stand ja im Fokus nach dem Spiel. Schon einen heftigen Fehler vorm Gegentor. Dann macht er aber wirklich ein sensationelles Freistoßtor in der letzten Minute. Ich glaube, man darf ihn prinzipiell nicht abschreiben. Ich glaube, der Toni Kroos ist jemand, der nicht unbedingt so im Fokus stehen möchte. Er ist ja auch nicht so medial präsent wie vielleicht andere mit seiner Qualität. Er ist ein sehr bogenständiger Spieler, aber ich glaube, er hat auch noch ausreichend Hunger. Und dass man seine Qualität sowohl bei Standards braucht, als auch in der Spieleröffnung. Klar, Fehler passieren immer. Das ist einfach so. Klar werden sie auch auf dem Niveau sofort bestraft. Aber ich glaube, man darf ihn einfach nicht abschreiben. Und der Hunger, den er da auch dann mit dem finalen Freistoßtor gezeigt hat, der brennt noch in ihm. Und ich gehe davon aus, dass er auch jetzt gegen Südkorea zeigen möchte, dass er der Chef bei uns im Mittelfeld ist. Ja, wir hatten zwei, drei Nachfragen zur letzten Folge, weil der Jan ja sehr oft auf der Restverteidigung rumgetrampelt hat, der Deutschen beim Spiel gegen Mexiko. Kannst du das einmal noch für den Laien, der sich nun wirklich nicht taggeglich mit Taktik beschäftigt, nochmal einmal ganz banal erklären? Ja, ganz banal betrifft es eigentlich die Spieler, die hinter dem Ball sind und die warten, dass der Konter kommt. Das heißt, man muss organisiert sein in der Defensive, man muss genügend Spieler haben, die den Konter verteidigen können. Und ja, die meisten Spieler sind dann im Angriff. Aber der Rest, der dann da steht, quasi die Restverteidigung, muss es aber dann trotzdem lösen können und einen Konter verhindern können. So, und wer es jetzt nicht verstanden hat, der sollte sich eine andere Sportart suchen. Wir haben ja noch ein paar im Angebot. Aber wir bleiben jetzt beim Fußball und blicken mal auf das Spiel gegen Südkorea. Und wie beim letzten Mal zeigt euch der Jan das einmal an der Taktiktafel. Ja, es wird wieder darauf ankommen, wie wir Torchancen kreieren können. Südkorea in einem 4-4-2, nicht ganz so eng wie die Schweden, trotzdem sehr laufintensiv, bearbeiten die Räume gut, haben eine gute Raumverschiebung, raumorientiert und wir müssen es schaffen, Torchancen zu kreieren. Die Ansicht, einen Außenverteidiger nach innen ziehen, einen Innenverteidiger auf die tiefe Position bringen, vielleicht da im Dreieck stehen zur Eröffnung. Warum? Damit wir mit einer Halbposition hochgehen können, mit einem Außenverteidiger hochschieben können und dann durch eine schnelle Verlagerung in die Zone kommen, die Probleme bereitet. Welche ist das? Im Fußball beschreibt man eine rote Zone. Rote Zone heißt, ein Innenverteidiger muss aufpassen, wann da wir rauskommen, wann nicht. Und genau davor für diese Entscheidung müssen wir sie bringen. Wenn wir es schnell spielen über den Flügel, ein Außenverteidiger kann verlagern, dann sehen wir hier schon, die Kette wird verschieben, aber wir haben Möglichkeiten mit Sicherheit ins Zentrum zu kommen. Wir haben dann Möglichkeiten, hier vielleicht im 4 gegen 3 sogar auf die Kette zu kommen und da Torchancen A zu kreieren und hoffentlich B zu verwerten. Das klang ja recht simpel und einfach. Dann wird es ein 3-0, oder? Ja, dreimal Marco Reus, glaube ich. Wäre mein Tipp. Dreimal Marco Reus und wir haben ja immer gehofft, dass wir zu Null spielen. Beim letzten Mal habe ich zwar 2-1 getippt, aber irgendwie hatte ich das Gefühl. Ich hoffe, diesmal haben wir eine bessere Restverteidigung und die Spieler, die Hungers sind auf Tore. Und dann würde ich mit dem 3-0 von Marco Reus alles unterschreiben. Genau. Du sprichst Marco Reus an. Einmal kurz ein Wort zur Aufstellung. Er gibt sich, glaube ich, fast von selber. Zwei Spieler fallen aus, Rudi und Boateng. Einer verletzt, einer gesperrt. Wie gehen wir sonst ins Rennen? Wir hatten ja beim letzten Mal gemutmaßt, dass es vielleicht eine Dreieckette sein könnte. Aber ich glaube, aufgrund des Personalmangel seinen Innenverteidigern muss man es jetzt etwas anders gestalten. Was auch dann sinnvoll ist, weil die Mannschaft sich, glaube ich, ein Stück weit mehr gefunden hat jetzt. Personell würde ich vermuten, dass er mit Kimmi spielt als Außenverteidiger rechts. Und dann vielleicht Süle oder Rüdiger, weil Hummels wird gesetzt sein, hat letztendlich seine Spiele auch dann immer gut bestritten. Klar, Fehler passieren. Gerade auch bei Mats. Er ist Profi genug, um den jetzt auch wegzustecken. Neben Mats, denke ich, wird Jonas Hector spielen. Davor Timo Werner, hat sich etabliert, hat Geschwindigkeit ins Spiel gebracht. Und die werden wir, haben wir eben auch auf der Taktiktafel gesehen, unbedingt brauchen. Bedeutet, Werner über den Flügel auf der linken Außenstämmerposition. Dann im Zentrum wird er mit zwei klaren Sechsern wieder spielen. Toni Kroos, wahrscheinlich der defensivere Part. Und dann Gündogan, ein Tick weit offensiver. Er stand ja auch mit auf dem Feld, als wir gewonnen haben. Im Zentrum könnte ich mir vorstellen, dass er entweder Traxler belässt oder Mesut Özil aufstellt. Und über die rechte Seite Marco Reus. Ich vermute sogar, dass ich deswegen dann vorne entscheiden muss zwischen Thomas Müller und Mario Gomez. Ich glaube, Müller hat auch seine Spiele in der Spitze als Stoßstürmer absolviert. Auch mal in der Vorbereitung bei Trainingsanheiten, wie ich gehört habe, gegen Ju20. Das heißt, er ist immer eine Alternative. Und dann werden wir schauen, wie er das Final macht. Aber ich vermute tendenziell, es wird ein 3-0 werden. Und Marco Reus macht 3 und Thomas Müller legt davon 2 auf. Okay, da messen wir dich dann bei der nächsten Folge dran. Und bei 3-0 sind auch, glaube ich, alle Rechenspiele außen vor. Es gibt ja, glaube ich, 12.000 Möglichkeiten, wer wie weiterkommt und wann ausschaltet. Also bei 3-0 wäre Deutschland klar weiter. Ja, zum Abschluss möchte ich noch zwei Themen mit dir besprechen, die jetzt so ein bisschen abseits von den Spielen sind. Einmal die Personalie Jugu Park. Den hast du ja ein halbes Jahr trainiert und er ist dann ja zurückgegangen nach Südkorea mit dem Ziel, bei der WM dabei zu sein. Das hat dann auch erst in den vorläufigen Kader geklappt, dann auch in den endgültigen. Und dann zieht er sich im ersten Spiel nach 20 Minuten Muskelfaserriss zu. Wie scheiße ist das denn? Ja, richtig scheiße für ihn. Ich muss sagen, ich mag Jugu unheimlich. Er hat sich fantastisch verhalten damals bei uns und hat unserer Mannschaft auch geholfen zu dem Zeitpunkt. Bei Jugu ist es so, dass er natürlich persönlich sehr enttäuscht ist, weil ich stehe auch dann noch mit ihm in Kontakt. Wir haben es geschrieben, ich habe ihm geschrieben, habe ihm mein Beileid bekundet. In der Situation ist es natürlich schwierig, dass man dann versucht, jemanden aufzubauen. Aber ich glaube, er hat es jetzt gefasst aufgenommen. Entscheidend ist, ja wie soll ich es sagen, bei Jugu, er braucht seine Fitness. Ich weiß, dass er mir damals geschrieben hat, sich bedankt hat, als er uns verlassen hat, dass er niemals so hart trainiert hat und froh ist, da jetzt wieder ansetzen zu können. Deswegen ist es umso enttäuschender, dass er dann jetzt nach so kurzer Zeit diesen Muskelfaserriss, glaube ich, im Hintern- und Oberschenkelbereich dann erlitten hat. Ich wünsche ihm auch auf dem Weg alles Gute, wenn er es sieht. Vielleicht wird es ja auch in Südkorea ausgestrahlt, man weiß es nicht. Wir sind doch am besten Weg da hin. Ja, mein Wunsch wäre gewesen, dass ich ihn wirklich gesehen hätte gegen Deutschland. Weil das hätte mich auch stolz gemacht, muss ich sagen, dass wir einen Spieler zurückgebracht haben in die Nationalmannschaft. Und er ist einfach menschlich so ein feiner Charakter, dass ich es ihm gegönnt hätte. Aber ich glaube, es hätte trotzdem nichts daran geändert, dass wir das Spiel gewinnen werden. Ja und bevor jetzt irgendwelche Verschwörungstheorien aufkommen mit dem harten Training, meinte Jan, dass bei der U23 in der Woche dann doch mehr gemacht wird, als bei den Profis, die ja aufgrund der englischen Wochen meistens nur regenerieren. Ja, also definitiv, das ist jetzt eher so gewesen, dass Ju einfach eine lange Phase nicht trainiert hat. Und das bedeutet deswegen, dass er auch vorher keine Spiele hatte, dass man natürlich ihn ranführen musste. Das heißt, an athletischer Natur und da haben wir natürlich bei der U23 viel mehr Zeit als die Profis. Da geht es Schlag auf Schlag und für das nächste Spiel muss man vorbereiten. Und bei uns musste er einfach dann ein Stück weit konditionell auch arbeiten, um sich dann wieder ranzukämpfen, um die nötige Spielfitness zu haben. Ja und zum Abschluss dann noch ein Thema, was die ganze Nation im Prinzip seit ein paar Tagen bewegt. Die Medienkritik der deutschen Spieler nach dem 2 zu 1 gegen Schweden, das basierte ja im Prinzip darauf, dass so ein paar Alt-Internationale in der Woche davor doch die ein oder andere Aussage getätigt haben, die dann vielleicht übers Ziel hinausgeschossen ist. Wie hast du das wahrgenommen, wie bewertest du das? Ja, ich finde einfach, der Fußball lebt ja auch von den Medien. Und da muss man einfach so sagen, dass man da nicht pauschalisieren darf und sagen kann die Medien, sondern manchmal ist es ein ausgewählter Teil der Medien. Und das muss man dann einfach relativieren. Entscheidend finde ich, dass die Mannschaft eine Reaktion gezeigt hat. Und dann kann ja auch manchmal eine Schlagzeile stimulierend wirken für den einen oder anderen Spieler. Und wenn das bei Toni Kroos so war, dann finde ich es gut. Es darf nicht nur jedes Mal so sein, sondern es muss einfach funktionieren. Und ich glaube, die deutsche Mannschaft ist jetzt auf dem richtigen Weg. Ich denke, dass man eine Formation irgendwann findet und dass man dann einfach jetzt ein gutes Spiel gegen Südkorea liefert. Und dann hoffentlich freudig auf das Achtelfinale wartet. Alles klar. Gutes Schlusswort. Ja. Ihr könnt jetzt bestens vorbereitet in das Spiel gehen gegen Südkorea. Und wir sind natürlich optimistisch, dass wir uns dann am Sonntag oder am Montag, je nachdem, ob Deutschland 1. oder 2. wird, wann dann gespielt wird, mit der vierten Folge wiedersehen. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Bis dahin. Bis dahin.